doch gut schönes Wetter heute ich habe mir eben die Quest hier mit den OK-10en hier wo auch immer die ist du hast wohl keine Ahnung, ist ein Heilerring, kein Damage-Ring okay, dann habe ich keine Ahnung, Pech für dich ja, hab ich geschickt hat er das gerade geschrieben, oder? fuck you lol lol wie geil, fuck you ja, ernsthaft, soll ich das scream? was ist das, Alter? warte, warte, wo ist das jetzt? jo ach, egal, fuck you egal, da hat mich mal wieder eine Gruppe ein so, jo boah, ich brauche noch voll viele von diesen OK-10en dienen und langsam bekomme ich auch Hunger ich glaube ich muss jetzt auch was vor der äh, während der Aufnahme er futtern ey, weißt du was, ich splitte das, äh, diesen Bo-, äh, zwischen Bosskampf und, äh, in die Ausgang damit alle das lesen können, muh, ha, ha, ha was meinst du da? du, splittest das aber geil, erst mal so, fuck you ich liebe ja Leute, die sich total schnell aufregen oh man ich mein, wenn man an mir unterstellt, das ist keine Ahnung, was mir da deshalb, deshalb, äh, Dings deshalb spielt man so gerne LOL ich mein, klar, von mir aus ist, äh, klar, von mir aus ist es ein heiler Ring ist mir egal, kann ich auch gerne einen sehen aber, ey, der gibt mir 38 mehr Ausdauer als mein Einweiler und der hat hier, wie heißt's 21 mehr Gegenstandsstufe, der ist doch wohl besser als meiner ich mein, scheiß auf die 8 Intelligenz und die 16 Trefferwerte und ich brauch den das ist meiner, ich hab den ehrlich gewonnen, ey mhm genau, 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 genau er kann nur dann sagen, dass es ein heiler Ring ist, wenn, äh, absolut keine Intelligenz drauf ist aber herrlich, ey, erst mal, fuck you wenn Intelligenz drauf ist, dann kann's jeder haben ich bin wieder zurück wo bist du denn gerade? ich hab dich schon eingeladen ein kann für An sabes An An accusations k König Möl watch ich ich komme weil die schuld Gab's noch was? Ich glaub nicht, ne? Okay So, bumm Ah ja, ich muss hier auch Ne, ich muss nicht Ich auch So, und schon wieder ankommen dass sie ihm die Klaue in den Kaxi rausbringt weil es bis wieder rein, oder? Schon wieder einen kleinen Standbild Ah, jetzt kann er wieder als Mörder krumm laufen Nice Jaja Du Spleet, doch schon, mo Ach, guck mal Muss noch immer über diesen Typen, ach, schenke Lalalala Scheiße Weiße Flagge, Jungs Ich hab mich geblinzelt Was denn? Oh Oh, da lauf schon mal vorn, lass mich verraten, Alter So, da drin gibt's noch zwei Quests, nice No, Alter So, ich will Frieden Ich hab mich geblinzelt, aber mit vier auf einmal, nee Ich hab mich geblinzelt, Alter Ich hab mich geblinzelt, Alter Ja, ja, aber warten auf mich Jetzt in Luk, brr, das machen wir danach Die mal zu meiner Leichter Ich hab mich geblinzelt, mach' mir, mach' mir, mach' mir, mach' mir Sooo 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 ja war so herrlich 4 Lernsatz ich kann nicht aufhören zu lachen dabei schauen fachst du fachst du bist wo um den ich bin bei Klaxi muss werden ja ja ich bin bei dem schlüssel bei Klaxi muss wenn wir da brauchen und so fachst du und tschüss meine Uhr ist ja dauernd nice one klaue einfach Klaxi muss so ich brauche meine mein Kostüm wieder tschüss ihr trattel so schlüssel wunderbar fuck you fuck euch Murlocs fuck you Murlocs fuck you Murlocs oh man so herrlich so herrlich ja ne aber ne ich hab's äh ich hab's äh dieser Part vom LP muss stensiert werden du hast wohl keine Ahnung Kollege das ist ein Heil darin gut dann hab ich halt keine Ahnung hast du Pech gehabt fuck you das ist einfach so herrlich ey äh sind Sie ernst so und da drüben gibt es meinen Schlüssel ganz Sie ernst vielleicht hätte ich den Ring ja abgegeben wäre sie netter gewesen ey aber in diesem du hast wohl keine Ahnung ne das seh ich nicht ein das find ich nicht schlecht von dir ne ich mein du kannst mit mir reden wie du willst aber wenn du was von mir willst ne dann solltest du nett sein ich rede ja auch mit jedem wie ich will also von daher so fucking nudes aber wenn ich was von jemandem will dann bin ich nett lieber Kasi könntest du mir bitte 500 Gold geben bist du auch der beste Dementschlieder dieses zu haben m so zum Beispiel Prozent muss man ja nie nach muss er hat sie die Flucht aus den Höhlen der Wetterflust angenommen was sie mir gesagt die Kräste nicht an um abgelaufen da war es halt nicht was man vor ich muss und das noch gehen und dann mache ich es halt mal Alter du hast ja in der Höhle annehmen müssen das ja vor allem wenn man so viel hat der zählst du nicht immer das ist schon ein ich bin er der Mauer der Ehrenpaste da ich meine ich muss noch diese eine Kräfte nur so aus den Typen die Kiel bei den Schlüssel Oh, äh, gute Frage. Ich hab die Schau abgegeben. Nee, nee, keine Angst. Oder? Die Gilde des Chaos. Also unsere Gilde hat so den innovativsten Namen der Welt. Ordentlich aufs Mal. So unglaublich kreativ. Ich hab diesen Namen noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Ja, auf jeden Fall. Oh, den find ich aber geil, auch wenn er überall benutzt wird. Oder die Allianz Sterbehilfe GNDH. Der ist auch geil. Ich bin auf Ezra's, man sieht sich, Hyrule, nicht mehr on in Albion, und seid nicht mehr so cool. Nun zock ich nur noch Müll, doch es wird schon bald beginnen. Ein neues Abenteuer im Reich von Skyrim. Hab ich noch nie gespielt. Habe ich noch nicht gespielt, Althrothen. Skyrim. Lachen wir der Seite. Hust. Oh, ratz dir runter, auch was illegal ist. Das ist unklarig groß. Pirate Bay Hust. Ich hab nix gesagt. Scheiß drauf. G-Ware. G-Ware. G-C-C. Dann halt auf Torrents.deu. Rost. Oder Börse.deu. Ey, warte, ich muss noch die Quiz abgeben. Eine, die war Börse.de, oder? Keine Ahnung. Ich muss nochmal zurück hier. Hm? Ich muss hier... Wieso ist denn da eigentlich in Sicherheit? Du bist draußen. Ach, die paar G-Märchen hier. Schock, 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 schock. Schock, 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 schock. Meine Team-Mate lieben mich, wenn ich gut schock. Schock, 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 schock um die w-w-w-w-w-w-w einige abgabend sie das mal mehr ein millionen alter ist doch immer nicht sicher er hat er weiß was ist neben der Angelegenheit gibt gleich den Kräste ab und dann portest du mich zu dir hin und nicht so weit laufen und du warten er hat er nicht so viel Zeit vergisst das nicht mal jetzt weil er meint sich halt du musst schulden nächstes müssen in der Höhle abgeben ist ja die Scheiße muss ich erst bei dem hier abgeben schon wieder ein Schumpel jetzt kommen mom when I saw people party and I thought me what the fuck das Geld zu holen endlich bis jetzt ich halte so kriege ich jetzt nicht dass die Akkassel er kommt Jo! Fortum ist gleich, ich sag dir nicht gleich. Und... Das ist nervig. Und Matzenratz. Funktioniert wieder. Matzenratz. Matzenratz. Jo! Oh nice, der Helm ist. Alesia, Matzen, Matem. Okay. Oh, der Helm sieht doch mal auch übelstestig aus. Matzenratz. Scheiß drauf. Okay, ich kann's versprochen. Danke. Einem abgeben, zack, zack, das Wenden und... Boom! Nee! Geh dir erstmal meine Maus weg. Geh dir erstmal meine Maus weg. Geh dir Kummer. Was ist denn? Ist dir gerade eine Fass, dass du wurde gefallen? Was ist? Gebt euch! Nicht! Nicht! Hier scheiß ich dir keine Ausdauer. Ich bin zweckteuig. Boö, was? So, jetzt... Okay. Jetzt mal ein bisschen auf Toshle-Station oder sind wir hier fertig. Warte, nein, lass mal zur Verteidigung der Zigarette! Ab zur Verteidigung der Zigarette! Genau. Ab zu UNO GAP! Immer die sich nicht nur fest. UNO P. Okay. Was, wohin? Wo, woh, 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 woh. Ich fliege da hin, ich bin zu faul dazu hinzulaufen. Singel? Wohin? 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 Nein! Wir machen jetzt UNSINGELT! also wir machen jetzt so dreckige stinkende Schneepolder, ne? Aber warte, 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 ich fliege da hin, ich bin zu faul zum Wurfen. Und sing, äh, da unten, okay. Und ich muss auf die Lette. Boost! Ah, gute Idee, dann kann ich mich da was zu puttern wollen. Wir greifen meistens die Station auf der Landebahn. Ah, unten, unter mir. So. So, Leute, genießt den Flug. Ich mach sogar den Bildschirm aus. UNO P. Orianische Tonne. Wuhu. Bis gleich. Whoopi, wo ist der Flugmeister? Ah, hier. Okay. Jo, bis gleich. Jo, bis gleich. Was. Woopi, wo ist der Flugmeister? Das gab es mir. Wie ist dein Flugmeister? Was.